So, jetzt wollte ich euch nochmal zeigen, Moment, so. Jetzt will ich euch nochmal zeigen, einfach Informationen, weil es halt irgendwie witzig ist und, naja, was so im Hintergrund abläuft. Hier sieht man das Video hier von dem Haus hier, wo dann zensiert wurde, ja, von Westminster Immobilien oder Vermögensverwaltung, ja, die, wo halt eben hier Straftaten auch begangen wurden im Haus und so weiter, was ich veröffentlicht habe. Und hier seht ihr das auch, ja, dass auf YouTube, wenn ich jetzt hier auf YouTube gehe, dass dieses Video, ja, zensiert ist. Kann man nicht gucken. Ich habe eine Gegendarstellung gemacht, ich muss mal abwarten. So, aber das Video ist nicht zensiert für die ganze Welt, sondern es ist nur zensiert für die Öffentlichkeit. Und jetzt zeige ich euch, dass das Video nämlich läuft und wie das Video läuft, ja. Also es geht hier nicht. Ich mache jetzt mal einen anderen Browser auf. Das Video habe ich nämlich auf Pinterest ebenfalls gepostet, ja. Ich mache das jetzt mal auf und ich gehe jetzt auf Pinterest. Hier ist das Video. Ich habe hier Skriptbloggers laufen und ich mache jetzt, könnt ihr hier schauen, ich werde jetzt für dieses Ding, denn temporär werde ich jetzt das Skript von youtube-nocookie.com, das werde ich jetzt verbieten und dann werdet ihr sehen, was hier passiert. Zack. Und dieses Video, was zensiert ist bei YouTube, ja, ist gar nicht für jeden zensiert. Ich gehe davon aus, für die Geheimdienste ist das nicht zensiert, ja. Doch für die Öffentlichkeit ist das zensiert, ja. Und, ja, das wollte ich euch nur mal zeigen. Einfach mal informativ, ja, was so im Internet eigentlich alles läuft und wie hintenrum und was auch immer, ja. Könnt ihr euch alle selber eure Gedanken machen. Es ist nur zum Zeigen, ja, wie, was hier so alles passiert. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ist auch egal. Viel Spaß im Internet. Tschüss. Und ich habe ihr auch die Faxnummer geschickt vom Sozialamt hier in Eisenach.